Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von BioMTV, den Biotechnologienachrichten aus der Region München. Auch im neuen Jahr werden wir versuchen, mit den Fortschritten der schnell wachsenden Münchner Biotech-Firmen Schritt zu halten. Bevor wir auf die Nachrichten der letzten Wochen zu sprechen kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick zurück auf 2010. Die süddeutschen Firmen waren gut ausgelastet, besonders stürmisch hat sich Morphosis entwickelt. Im vergangenen Jahr hat Morphosis sieben Meilensteinprämien aus Partnerprogrammen erhalten. Mit diesem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk für seine Aktionäre wartete das Unternehmen Ende Dezember auf. Damit wurden die optimistischsten Prognosen übertroffen. Morphosis-Chef Simon Mulroney freut sich, dass sich Morphosis' Hukal-Antikörperplattform weiter durchgesetzt hat. Die Entwicklung der Pipeline kommt viel schneller voran als erwartet. Für das nächste Jahr hoffen wir insgesamt vier bis sechs klinische Entwicklungsprogramme starten zu können. Und bis Jahresende haben wir dann wahrscheinlich etwa 20 Programme in der Testphase. Hukal, eine Abkürzung für Human Combinatorial Antibody Library, besteht aus einer Sammlung von mehr als sieben Milliarden menschlicher Antikörper. Seit kurzem können diese mit der Slonomics-Technologie noch weiter verbessert werden. Diese vollautomatische Optimierungsplattform erhielt Morphosis durch die Übernahme von Sloning Biotechnology im Oktober. Im Januar stellte Morphosis den Mitarbeitern des neuen Partners seine Pläne zur Integration der Technologie vor. Sloning hat die Technologie entwickelt, um Proteindatenbanken aufzubauen. Zu diesem Zweck ohne Frage die beste Technologie der Welt. Dadurch sind wir dann in der Lage, Antikörper viel schneller und effizienter zu optimieren als vorher. Aktuell befinden sich zehn Hukal-Antikörper in der klinischen Phase 1, fünf weitere in der Phase 2. Die Entwicklungserfolge haben dazu beigetragen, dass Morphosis ein sehr erfolgreiches Jahr abschließen konnte. Das Management geht heute davon aus, dass der Umsatz nahe bei 90 Millionen Euro und der Gewinn bei rund 10 Millionen Euro liegen wird. Firmen wie Morphosis benötigen jedoch auch Zulieferer und Dienstleister. Um ihr eigenes Geschäft am Laufen zu halten. Davon profitieren unter anderem Firmen wie Leukocare. Das Unternehmen bezog vor einigen Monaten Quartier im Innovations- und Gründerzentrum in Martinsried und fusionierte dabei die bisherigen Firmensitze aus Frankfurt und München. Das Start-up hat sich auf die Entwicklung biofunktionaler Oberflächen von medizinischen Geräten spezialisiert. Im Programm hat das Unternehmen auch Methoden zur Stabilisierung von Proteinen, damit die etwa einer Sterilisierung besser widerstehen. Deutsche Bundesregierung ruft Gesundheit als Schwerpunkt aus. Die deutsche Gesundheitsforschung soll in diesem Jahr erheblichen Rückenwind erfahren. Auf einer Pressekonferenz in Berlin wurde das Jahr der Wissenschaften 2011 Forschung für unsere Gesundheit eröffnet. Bundesforschungsministerin Annette Schawan und Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler enthüllten Details über ein nationales Projekt im Volumen von 475 Millionen Euro zum Ausbau des deutschen Forschungsnetzes. Kernstück des Vorhabens sind sechs nationale Zentren, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Bayern wird einen Schwerpunkt dieses Netzes bilden. Als einzige Stadt in Deutschland schaffte es München mit seinen Universitäten und Forschungseinrichtungen an jedem der sechs Schwerpunktbereiche beteiligt zu sein. Anfang Januar unterzeichnete die PIRIS AG einen Forschungsdeal mit Takeda. Der deutsche Spezialist für Proteinwirkstoffe wird mithilfe der hauseigenen Antikalin-Technologie neue Wirkstoffe für den japanischen Pharmakonzern entwickeln. Antikaline sind rekombinant hergestellte Lipokaline. Diese Transportproteine binden natürlicherweise an ein großes Spektrum von Molekülen, die sie in Zellen einschleusen, sind aber viel kleiner als Antikörper. Das Unternehmen in Freising prüft einen onkologischen Antikalin-Wirkstoff in Phase 1. Weitere Projekte in der Pipeline befinden sich im präklinischen Stadium. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf das Interview mit PIRIS-Chef Steven Yoder in unserem BioM-Channel. Das war's für heute. Danke, dass Sie bei BioMTV zugeschaut haben. Aktuelles von der Bayerischen Biotechnologie gibt es dann wieder im Februar. Bis dann.